Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von Profischnack.de, ihrem Online-Outlet für Markensofas. Und ich zeige Ihnen heute ein Spitzenprodukt aus dem Hause Koinoa, und zwar die Doppelige Ferris, ein Schwestermodell von Francis, Lounge-Lige P in Leder B Toro Reno, also so ein Bordeaux-Ton. Sehr angenehmes Leder, Anilin-Leder, oder was ist es, B, Anilin-Leder, mit einer leichten Deckung, denke ich, aber ganz tolle Struktur und angenehm. Nun, was lässt sich sagen, viel Platz für zwei, Rücken manuell verstellbar bis so, und das ist dann das Maximum. Und ich kann hier den oberen Rücken, glaube ich, noch mit einem Glemmbeschlag herziehen, ja, auch okay. So wäre es mir jetzt etwas zu flach, so wäre es ideal. Zu zweit kann man auch schön liegen, ja. Ich habe so eine Liege zu Hause in einer anderen Farbe, und meine Frau und ich liegen gerne hier drauf. Mittelfest, Sockelbezogen, sehr schön gemacht, eine rundumgelungene Liege. Nachteil, Sie brauchen eigentlich relativ viel Platz. Die Breite ist 1,16 Meter, aber Sie sollen links und rechts hier auch ein bisschen Luft haben. Zweiter Nachteil, hoher Preis bei Koinor, Koinor ist halt inzwischen eine Marke. Und dritter Nachteil, hm, sehe ich keinen. Okay, der Rücken ist manuell, da muss man halt das manuell machen, nicht elektrisch. Etutizing, dieses Stück haben wir jetzt bekommen von Koinor, direkt als Fotomodell. Zum Schnäppchenpreis von 1.094 Euro plus 99 Euro versandt. Profischnapp.de, Ihr Online-Outlet für Markensofa. Bedankt sich. Schauen Sie immer wieder unter profischnapp.de slash Neuheiten rein, was frisch gekommen ist. Und abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Dankeschön und tschüss, Ihr Lux Reinhardt von profischnapp.de. Wuhh, wuhh.